Er soll bereits die sechs Kinder von der Schauspielerin und noch Ehemann Brad Pitt, 55, kennengelernt haben und das aus einem ganz bestimmten Grund, Angelina möchte ihren neuen Lever sogar heiraten. Was Brad Pitt wohl dazu sagt? Nach zwölf Jahren Ehe reichte die Angelina am 15. September 2016 die Scheidung von noch Ehemann Brad Pitt ein. Der Grund, unüberbrückbare Differenzen. Der riesige Scheidungskrieg von Brangelina soll nun endlich dem Ende zugehen. In der Beziehung soll es so gut laufen, dass das frische Paar sogar schon die Hochzeit plant. Laut Insider soll der Milliardär ihre sechs Kinder kennengelernt haben und bereits um Erlaubnis gefragt haben, die Schauspielerin heiraten zu dürfen. Verrät die Quelle Die Hauptsache ist, dass die Kinder den neuen Freund ihrer Mutter akzeptieren, der Oscar-Gewinner Brad Pitt soll sauer gewesen sein, als er von den Hochzeitsplänen durch seine Tochter Shiloh, zwölf, erfuhr. Erklärt der Insider. Denn Angelina möchte ihren britischen Freund nicht einfach nur heiraten. Sie möchte, dass die Trauung auf ihrem und Briggs-Weingut, Chateau-Mira-Bal, in Südfrankreich stattfindet. Die Tatsache, dass die Schauspielerin einen neuen hat, stört Brett angeblich nicht. Auch, dass die Brünette auf ihrem gemeinsamen Anwesen heiraten möchte, soll kein Problem sein. Aufgrund der Abgeschiedenheit des riesigen Hauses stimmte Peter Heirat auf dem Landsitz im Süden Frankreichs zu. Anscheinend wollen Angelina und ihr Milliardär sogar auf dem Schlöschen wohnen. So der Insider. Ihr neues Herzblatt könne wohl ganz leicht hin und her fliegen, die Wochenenden mit Angel verbringen und von überall auf der Welt auf seinem Laptop arbeiten. Der Milliardär sei auch die Motivation für Jolie, endlich die Scheidung mit Pitt abzuschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017